und sie vergessen immer viele sachen bevor wir natürlich unsere tiere holen brauchen wir wasser und wir brauchen futter also da wir noch keine anhänger drin haben dafür gehen wir einmal ins menü und holen uns erst mal für unsere lieben tiere ein wasser anhänger kleiner joshkin erreicht hat 7300 liter wassergrube kapazität reicht vollkommen aus erst mal und dann benötigen wir auch noch ein stroh einstreuer natürlich mit kennzeichen hinten und um die ballen zu transportieren benötigen wir noch einen anhänger da habe ich dieses schöne exemplar wir schauen mal ob er auch mario ruschfeld edition drin hat für ruschfeld farming leider nicht aber also gut praktik links mal schauen machen wir linksseitig kapazität über 200 ballen natürlich in orange fahrgestell machen wir in silber und die zusatzfarbe in perlweiß ja doch das geht so und chrom fällen wunderschöne kennzeichen rand so und einmal kaufen jetzt sollten wir alles haben um unsere tiere benutzen zu können so jetzt satten wir einmal das fahrzeug nochmal um und ich würde sagen als tiere nehmen wir erstmal die schönen schweine und da wir ja keine produkte futter im moment kein futter produzieren können brauchen wir natürlich auch futter für unsere schweinchen und ballen und ballen und ballen fressen stroh bevor wir da was falsches machen schauen wir nochmal nach wir wollen nichts falsches machen und dann können wir alles nicht kaufen gut dann nehmen wir als viecher unsere kühe da können wir gras können wir kaufen und silage können wir auch kaufen sowie stroh für die unterlage gut gerade bei heu folge noch acht mal voll ballen reicht erst mal dann heu silage und stroh als unterlage damit haben wir erst mal ein paar ballen so dann wollen wir doch mal schauen abdeckung öffnen arbeitsstellung und mal schauen ob er es ordentlich verlädt so das ist jetzt rechts oder links ok ok wir wollen von dem selben hart nein ok also silage ballen will er gerade nicht laden laden wir dann selber per hand schnell mal auf so da haben wir erst mal die treibald und strohballen und dann kommen noch aber erst mal die transportstellung aussteigen und da wir ja gut gefrühstückt haben können wir die beiden einfach mal so ins auto und über die köpfe werfen ja man könnte es natürlich alles ein bisschen ordentlicher machen aber gerade irgendwie will er mich ein bisschen ärgern ja kann man natürlich auch so umfahren hat mit realität nichts zu tun sagen wir mal so gut wir schauen mal schnell weg so sieht man das nicht wie wir umher fahren wir fahren durch das andere Tor bin erhoffend dass wir durchkommen wir fahren durch das andere Tor bin erhoffend dass wir durchkommen ja 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 dann kriegen wir wohl wieder mal einen Anruf von Sheriff warum wir unsere beiden verteilen was passiert passiert so jetzt schauen ob wir den auch noch irgendwie abkriegen und ganz dem Motto so bist du nicht willig so brauche ich Gewalt und für alle mit weichen Nerven bitte einmal wegschauen für alle mit weichen Nerven bitte einmal wegschauen so dann so und dann das wird das wird eine Folge zum vergessen aber shit happens das Leben ist hart und von daher von daher auch es kann nicht immer alles glatt gehen dann dann mag ich es zwar eigentlich nicht verkaufen wir den jetzt so und dann dürfte der Bein wieder frei sein so und dann laden wir ihn noch in der Regel funktioniert es auch so mal mal gucken ob wir bei den Tieren schon was drin haben noch keine Tiere gut gut futter haben sie schon mal wie gesagt manchmal muss man und kommt unnormale wege gehen aber das kennt ihr ja schon dann nehmen wir jetzt auch mal den Weg den wir reingenommen haben wieder zurück weil irgendwo müssen ja nur unsere Beine liegen was sehen denn meine entzündeten Augen Ballen da sind Ballen yeah und ich kann jetzt schon alle lachen hören die die das Video sehen und sich mit mir freuen dass da Ballen sind yeah so aber bevor der Sheriff kommt räumen wir die mal von der Straße Wasser holen wir nachher ab jetzt würde ich sagen wir haben Futter drinnen Wasser haben wir noch nicht müssen wir noch holen aber um einen wunderschönen Abschluss zu finden zu dieser verkorksten Folge werden wir uns jetzt Wasser unsere Viehtransporter schnappen und Pete hat hoffentlich schon die wunderschönen Kühe Leonie Tom und Ben bereitgestellt damit diese zum Hof kommen können Auf geht's Hallo Ballen Vielleicht findet ihr irgendwann mal Füße und könnt so mit mir zum Hof verlaufen immer diese Hintergrundgeräusche immer diese Hintergrundgeräusche immer diese Hintergrundgeräusche Nein, ich habe nicht gesoffen ich habe einfach nur ein bisschen Zeitdruck meine Kühe wollen zum Hof so wo ist denn da ist auf jeden Fall die Leonie der Tom und der 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 und natürlich brauchen wir auch noch die Augusta und die und wir können noch drei Kühe mitnehmen Ja, dann nehmen wir noch von der Leonie die Mama mit, von dem Tom nehmen wir auch die Mama mit und natürlich von den Ben, der soll sich ja nicht alleine fühlen, da nehmen wir auch noch die Mama mit, dann haben wir zwölf Kühe drinnen, das wird eine schwere Fahrt, so, bringen wir mal die Viecher in ihren Stall Kinder festhalten, der hat besoffen, der Trucker und genießt die Musik dabei I'm sorry, ich komme bei der Musik einfach nur ins Stern, dieser systematischen, systematisch So, dann haben wir Leonie, Tom und Ben und die Mamas jeweils gleich in ihren Hof Hier hinten kann ich, halt, die wollen hinten raus So, dann machen wir mal, auswählen Ab rüber, alle rüber mit euch, rüber in euren Stall Die Familie muss komplett sein Es ist doch einfach nur zum Träuse melken Auswählen, rüber mit euch Schade, dass man nicht alles auswählen kann Mit einmal Jetzt gehts mit einmal wieder Na, dann machen wir es doch so. Schauen wir doch mal. Da ist auf jeden Fall die Leonidia, kenne ich von Weitem schon. Hallo, Leni. Schön Gras fressen, genau. Tom, alles in Ordnung? Hallo, Ben. Guck nicht so wie so ein Stier. Du alter Buller. So, ich sage auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, da knarrt selbst der Schuh schon, lasst ein Like da, ein Abo, wenn es euch richtig gut gefallen hat. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und ciao und immer dran denken. Sippie, hey, yo. Guck nicht so,